Hello und welcome back in Utopia. So, ich muss sagen, es läuft sogar so gut jetzt das Spiel, dass es mir beim Aufnahmewechsel einfach die... also das Spiel nicht unterbrochen hat und abgekackt hat. Da ist es nämlich das letzte Mal auch kläglich zusammengebrochen und abgestürzt. Das finde ich richtig gut. Deswegen habe ich jetzt nicht in den Shop gucken können. Ich weiß nicht, ob ich den Shop hier über die Diamanten finde. Keine Ahnung, ich verstehe die Sprache nicht. So, das heißt, ich werde einfach versuchen, das nächste Mal, wenn ich in dieses Spiel reingehe, dran zu denken und mal in den Shop reinzugucken, weil mich das wirklich interessiert. So, also unsere Mission ist jetzt, wir müssen noch ein bisschen Ressourcen zusammensammeln, damit wir unser erstes... sammeln es doch ein. Siehst du, die reiten alle. Ich will auch reiten. Ach, ist das dumm. Ich verstehe nicht, wie die Tiere gebändigt bekommen haben. Ich kriege noch nicht mal dazu, dass ein Pferd glücklich... mir hinterherläuft. Ach, Gisela. Naja, vielleicht gucken die uns alle auch erst an, wenn... Ja, weiß ich nicht. Wenn... wir ein bisschen mehr besitzen. So, Remove von Shortcut und wir werden... die jetzt mal equipen. Hallo? Wo ist sie jetzt? Nicht dumm? Hä? Achso, ich wollte... Äh, ich bin doof. Hallo? So, weil... wir brauchen nämlich auch ein bisschen Stein. Oh, das hat ja jetzt gedauert. Aber es gab immerhin neun jetzt. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie einen Stein hier zerkloppt und gehackt, ne? Fällt mir gerade so ein, ne? Haben wir bis jetzt nie gemacht. Holz, ja. Weil wir Waffen damit gemacht haben. Zack. Aber hier ist sie gerade doch ein Level aufgestiegen. Ja. Oh, was ist das Schwarze? Kohle. A black mineral used for fuel. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. So langsam füllt sich der Rucksack. Aber klar, wenn du auch Steine reinpackst ohne Ende. Wir werden auch gleich mal ins Wasser reinlaufen. Dann haben wir den gleich getrunken. Wobei das auch... Das ist total bescheuert, ne? Das ist richtig bescheuert. Saugt sie das durch die Füße ein? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Siehst du? Sie stellt sich einfach nur rein. Gluck, gluck, gluck. Und wie so eine Pflanze absorbiert durch die Füße. Ach, Leute. Pass auf. Wir werden... Wir werden... Wir werden... Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Und es wird dunkel. Wo ich jetzt gerade sagen wollte. Komm, das ist so ein schöner Tag. Lass uns reisen. In dem Moment wird es gerade dunkel und regnerisch. Und kalt. Sehe ich doch. Weil das Ding ist, ich weiß auch noch nicht, wo wir unser Häuschen hinbauen. Wir haben ja noch nicht so viel von Utopia gesehen. Das heißt, wir müssen uns nämlich auch parallel noch ein bisschen umgucken. Wo wir das Ganze hinbauen wollen. Denn hier können wir ja offensichtlich kein Grundstück hinbauen. Denn hier sind wir ja noch im Stalling Ground. Hier bin ich sehr gerne, weil es hier Ressourcen gibt. Aber hier können wir nichts hinklöppeln. Hier ist jetzt auch nicht so die Gegend. Ich würde sehr gerne, glaube ich, ein Haus am Strand bauen. Ich weiß nicht, wieso. Aber wie gesagt, wir haben ja noch nicht so viel gesehen. Vielleicht... Oh, oh, oh. Oh, ich dachte Gold. Na, auch gut. Ähm, Sulfur. Ähm, Schwe... Ne, äh, doch. Schwefel. Ja, klar. Schwefel. Very strong smelling, flammable and explosive. Oh, siehste, können wir Bomben jetzt bauen. Das ist gut. Ich überlege, ob ich schnell noch ein Hühnchen irgendwie schnetzeln soll. Weil, wenn ihr Magen so relativ leer ist, isst sie ja doch drei bis vier Keulen. Also, die hat schon gesunden Hunger, die Gute. Aber guck mal, sie ist ja jetzt auch hier schwerst arbeitend. Ich weiß, es ist jetzt wieder nicht so spannend, ihr jetzt nur beim Hacken zuzugucken, Leute. Ja, ja, ja. Es wird noch. Es wird noch. Lasst uns mal anfangen, hier unser Haus zu bauen. Aber hat vielleicht etwas Tiefenentspannendes? Haben wir alles eingesammelt? Ich weiß nicht. Trink doch noch mal ein bisschen durch die Füße. Guck mal, unsere Hacke ist nämlich auch gleich im Arsch. Unsere Hacke ist gleich im Arsch. Äh, Frage... Frage, weil 15 Holz brauchen wir. Vielleicht brauchen wir ja nicht ganz so viel, um es zu reparieren. Das werden wir jetzt mal ausreizen, indem wir einfach noch Mannsteine hacken. Aber das heißt, du kriegst mit einer... Aber gut, ist auch nur eine Holzhacke, ne? Du kriegst mit einer Hacke tatsächlich nur vier bis fünf Steine so im Schnitt raus. Also, große Steine gehackt. Siehst du, der Rucksack ist nämlich auch bald voll. Müssen wir uns nämlich auch bald mal Gedanken machen. Ah, weapon damaged. So. Ja, aber guck mal, das geht doch voll klar. Ja, also reparieren für fünf Holz, das ist ja wesentlich günstiger als... Ja, ja, ja. Okay, das geht völlig klar. Ist so die Frage, wie oft können wir so eine Waffe reparieren, bevor sie komplett kaputt ist? Oder kannst du die immer reparieren? Dann wäre es ziemlich doof von mir gewesen, so viele gleich herzustellen. Aber das wusste ich ja nicht. Und typisch Frau, wie man doch so ist im Sammlermodus, ne? Ähm, äh, ne? Wie wir so sind im Sammlermodus machen wir doch immer gleich mehrere Dinge. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Level aufsteigen, sehe ich. Pass auf, ich werde jetzt noch mal Ewe losziehen, weil du weißt ja nicht, wenn wir jetzt reisen, ob es dort, wo wir hingehen, tatsächlich auch Nahrung gibt. Weil das ist gut am Starting Ground. Hier gibt es Essen. Oh, siehst du noch ein Ei. Auf das Ei bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Als würde ich es jetzt selber kosten. Renn doch nicht weg. Warte, wir haben es doch gleich. Stopp! Da war es. Irgendwo liegt es. Im Gras gestorben, Leute. Dich hatte ich doch auch noch. Bleib stehen! Ist sie schneller geworden? Achso, die wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Die sind bestimmt die lieben Geister des Waldes, die ich hier umbringe, ne? Äh, ja, ja, ja. Jetzt habe ich angefangen, jetzt muss ich es umbringen. Entschuldigung, das gibt bestimmt ganz Böses oben. Aber die haben Holz, weil die aus Holz bestehen. Ich verstehe es nicht. Warum bestehen die aus Holz? Ich weiß es nicht. 18 Grad, es wird kalt. Das Ding ist, jetzt haben wir fast schon wieder Nacht, ne? Level up! Level 13. Unglückszahl 13, Leute, ne? Also, wir gehen nochmal zum Feuer und wählen vielleicht jetzt nochmal ein bisschen was kochen. Hallo? Musst du dich immer erst draufstellen? Gibt es doch nicht. Weg! Food! Kochen! Ja, komm. Bereite mal die Eier zu. Ach, so ein geiles Ei, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Und mach einfach gleich sechs Keulen und dann schnapple hier auch gleich nochmal eine Keule und dann werden wir reisen. Wir müssen Utopia mal ein bisschen erkunden und zwar werden wir jetzt tatsächlich auch nochmal einen neuen Ort raussuchen, wo wir noch nicht gewesen sind. Aber erst musst du jetzt hier die ganzen Keulen. So, ist fertig, ist fertig. Weil? Ne, so drei bis vier Keulen braucht die Kute, ne? Siehste? So, das reicht aber. Und, ähm, jetzt werden wir, wo ist es denn? Ach, der Mut, ist das schön romantisch. Aber er geht schon wieder unter. Im Regen. Mh. Weil das Ding ist, es wird natürlich jetzt kalt, ne? Ohne Feuer. Die Gefahr ist, wenn wir jetzt reisen, kann natürlich auch mal sein, dass dort nix ist. Wir haben kein Feuer, kein Nichts, weißt du, was uns wärmen kann. Das kann natürlich auch sein, dass wir dann sterben, weil halt kalt, kalt, wie es sich schon nicht mehr reden kann. So, teleportieren. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir uns hin teleportieren lassen wollen. Also, gucken wir uns Utopia einfach mal an. Denn Utopia ist ja riesig. Ich glaube, wir können nur zu diesen ganzen Gelben hier hin. Hm. Wo könnte ich mir denn vorstellen? Was ist das? Also, ist auch ein Starting Ground. Spring Day Coast. Da waren wir schon. In der Prärie. Gold Valley Prairie. Waren wir tatsächlich noch nicht. Mountain. Yeah, yeah, yeah. Hier in Fragrant Plains. Oh, oh. Cold and getting hungry. Ach, scheiße, ne? Es ist einfach zu kalt, Leute. Warte mal. Hm. So tof wie das ist, wie ich jetzt auch gerne reisen wollen würde. Aber wir haben auch noch kein Feuer. Ja, ja, ja. Was ist das Beste, ne? Wenn eh schon kalt ist, einfach mal durch den kalten See nochmal zu laufen. Ne, das Ding ist, wir werden jetzt einfach mal warten, bis die Sonne aufgeht. In der Hoffnung, dass es dann ein besseres Reisewetter ist. Aber, ja, ja. Wir müssen jetzt einfach erstmal zum Feuer, weil es kalt ist. Ich will jetzt auch nicht unnötig Ressourcen verschwenden und selber irgendwie ein Feuer machen. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich würde sehr gerne reisen, aber ich habe einfach Angst, dass wir bald rauf gehen. Wobei, ja, ja, ja. Ja, ich hoffe, dass es uns jetzt ein bisschen wärmt. Ich sehe, es war immer noch hier 15 Grad. Ach, Leute. Ach, gucke mal. Zeigt es uns Iron Ore? Da würden wir es herbekommen. Okay. Weil hier sind ja überall noch Wolken drüber. Vielleicht müssen wir da wirklich ein höheres Level sein, um da hinzukommen. Also, ich würde jetzt eigentlich sehr gerne reisen, aber, naja, das Wetter ist uns noch nicht so wohlgesonnen. Was macht er denn da oben auf dem Stein? Wir können, ja, pass auf, wir können jetzt unser komisches Viehchen nochmal beschwören. Was ich auch sehr grenzwertig finde. Was auch überhaupt keine Ahnung hat. Ja, Master. So, Fragen sollen wir ihm stellen. Summer, tell me what I can do right now. Vielleicht hat hier Summer, ja, ne Ahnung. Äh, was? Next Master should consider how to solve the problem of hunger. First make a wood club so you can kill chickens. Ja, das haben wir doch alles schon gemacht. Also sagt jetzt, wir sollen als erstes den Hunger stillt, indem wir Tiere töten. Uh, dazu brauchen wir eine Waffe. Äh, äh, äh. Gut, das war jetzt, äh, semi-hilfreich. Gut, dann, tschüss. Geh wieder rein in die Tasche. Ach, Leute, ist das dumm. Ist das dumm. Jetzt stehe ich hier doof und warte und warte und warte und warte. Wir können doch mal, guck mal, ist das vielleicht ein Pferd, bei dem wir schon mal waren, hier mit den Herzen? Oder steht jemand und füttert es? Ich sehe gerade niemanden. Vielleicht ist es unser Pferd, was wir hatten. Ich will einfach endlich ein Pferd. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, zum Reisen ist das Wetter leider geradezu beschissen. Ich kenne ja keine Ahnung, dass du plötzlich reinkommst und es regnet. Ach, so ein Dreck. So. Hallo. Inzwischen bei mir so ein Pferd. Aber wo ist denn jetzt das Pferd, was von uns ist? Ach, ist das doof. Tja. Aber wenn da steht ready for capturing it. Das heißt doch. Was stand da? Get out? Get out? Müssen wir einfach drauf springen? So, jetzt stehen wir irgendwo in der Luft. Aber es ist ja auch Utopia. Ich will wissen, wie dieses Pferd unser wird. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht verstanden. Wie das hier mit dem Pferd läuft, ich weiß es nicht. Oder müssen wir die einfach ganz viel füttern? Ich weiß es nicht. Aber Leute, es wird hell. Es wird einfach hell. Wir können jetzt endlich reisen. Pass auf, das tun wir. Tschüss Pferd. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht so. Wo muss ich denn hin? Da will ich hin. Es regnet zwar immer noch, aber es ist jetzt wärmer. Weil wenn es so 15 Grad ist, habe ich den Eindruck, es ist nicht gut, dann da irgendwie reisen zu wollen. Weil du weißt nicht, ob es da irgendwo dann Feuer gibt, was uns wärmt. Und dann kommst du vielleicht nicht schnell genug weg. Ist mir zu riskant. Wir können die Giesel da ja nicht in den Tod schicken. So Leute, also. Auf ein neues. Ist so die Frage, wo reisen wir jetzt hin? Wo reisen wir jetzt hin? Ich würde tatsächlich dann jetzt erstmal einfach an einen neuen Ort. Wollen wir die Berge? Ach, Berge habe ich ja eigentlich so wenig. Komm, dann in die Prärie. Was? Teleport for free? Ja, ich weiß. Drei Teleportiermöglichkeiten pro Tag sind erlaubt. Ich bin sehr gespannt, wie es in der Prärie aussieht. So, Gold Valley Prärie. Welcome. Und da haben wir auch wieder diese großen Schlösser. Oh, wow. Können wir da hin? Oder ist das auch wieder so ein Privathaus? Es sieht jetzt nicht aus wie ein Privathaus, weil das wäre so eine Glocke drumherum. Sonst wäre es so abgeschottet. Es kann sein, dass das jetzt gleich kommt, dass wir da nicht rein können. Aber siehst du, genau. Dann wäre nämlich hier so ein Kasten drumherum. Ach so. Oder das hat das neue Update gebracht. Ich weiß nicht. Wir laufen einfach mal hin. Vielleicht können wir jetzt auch in fremde Häuser rein. Das wäre ziemlich geil. Oh, Leute. Das sieht gut aus. Wir können es betreten. Wir können es betreten, Leute. Oder man kann entscheiden, ob man rein darf oder nicht. Also, jetzt gucken wir erstmal. Was macht denn hier der Stuhl draußen? Was macht da der Stuhl draußen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach Gott. Wie willst du denn da rein? Oh Gott, oh Gott. Ah, Leute, ne? Fremde Häuser angucken. Geil. Ja, ja. Jetzt hat sie noch eine große Klappe. Aber wenn sie selber war, würde es bestimmt ganz furchtbar aussehen. Also, irgendwie ist das so ein bisschen seltsam gebaut. Gucken wir mal. So. Das ist auch sehr, sehr sympathisch. Weißt du? Du kommst hoch und stehst erstmal vor der Leiter. Und? Wie kommt man denn hier vorbei? Ist ein Haus für Akrobatiker und Schlangenmenschen, Leute, ne? Siehste. Steht da ein Stuhl auch noch dahinter. Und jetzt steht hier die nächste Leiter. Ach, Leute. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Muss ich hier springen, um reinzukommen? Ja. Ich muss. Oh Gott. Also. Aber dann häng ich hier an der Dingsfeld fest. Irgendwo häng ich fest. Oh Gott, oh Gott. Gisela kommt nicht mal rein und raus. Also ist ein Haus, was man nur sehr schwer betreten kann. Jetzt würde mich interessieren, derjenige, der das gebaut hat. Nein. Ich komm nicht mal raus. Was heißt denn dieses Zeichen hier? Ich komm nicht mal raus. Ich bin im Haus gefangen. Scheiße. Ich bin im Haus gefangen, Leute. Ach du Scheiße. Hilfe. Es hat uns als Eindringling erkannt, Leute. Es hat uns einfach als Eindringling erkannt. Aber wie komm ich denn hier raus? Oh Gott, oh Gott. Verdammt. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ob die Gisela hier jemals rauskommt? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Gisi. Es war offensichtlich ein Fehler, hier in ein fremdes Haus reinlaufen zu wollen. Ich weiß gerade nicht, wie wir rauskommen. Das ist mein Problem. Game Bug oder nicht? Ob die Gisela hier jemals aus diesem Haus rauskommen wird, werden wir sehen. Wenn es eine nächste Folge gibt. Und bis dahin hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Oh Gott, oh Gott. Und dann sehen wir uns hier weiter in der Prärie, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und würde mich einfach freuen, wenn ihr das nächste Mal, sofern Gisela aus diesem Haus rauskommt, einfach dann wieder dabei seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dörter, meine Lieben. Tschüss. Und wenn es keine Folge gibt, dann wisst ihr, Gisela hängt einfach in einem Haus festgefangen. Oder dazu sollte das Haus dienen. Das war einfach eine Falle für junge, ledige Frauen. Tja, Gisela. Und dann hast du eins deiner besten Outfits an und siehst so hübsch aus. Jetzt weißt du auch, geh niemals in fremde Häuser rein. Tja, kannst du dich ausrecken, so viele willst. Wer weiß, wer hier wohnt. Wer weiß, wer hier wohnt. Jemand, der junge Frauen einfach ins Haus locken will. Hat geklappt. Es ist nicht schön, ich bin jemand. Fertig aufessen drauf. Ich bin jemand. B Themen, wie ich kümmere draußen. Ich bin jemand. B Pass Crazy. Ich bin jemandem. Vielen Dank.